Hallo und herzlich willkommen bei dem Podcast, der dich einfach patent macht. Mein Name ist Friederike Stephan und ich nehme dich auf leichte und interessante Art mit in die Welt der Patente und helfe dir, dieses Wissen direkt in deinen Arbeitsalltag zu integrieren. Hallo, zurück in meinem digitalen Wohnzimmer. Heute möchte ich mal ganz allgemein über den Patentierungsprozess sprechen und erzählen, was von der Idee bis zum Patent eigentlich passiert und an welchen Stellen du als Entwickler darin involviert bist. Wenn du eine Idee hast, dann wirst du vielleicht erst einmal recherchieren, ob es das schon gibt. Und wenn du nichts Identisches finden kannst, dann solltest du eine Erfindungsmeldung schreiben und die bei der Patentabteilung einreichen. Was passiert dann? Im Normalfall solltest du recht schnell eine Eingangsbestätigung erhalten. Sollte das nicht der Fall sein, dann würde ich da auf jeden Fall nochmal nachfragen. Als nächster Schritt wird vom Unternehmen entschieden, ob die Erfindung zum Patent angemeldet werden soll. Dafür gibt es meist ausgewählte Personen, die diese Entscheidung treffen und die sind meistens auch noch in anderen Patentthemen irgendwie eingebunden und treffen da Entscheidungen oder sammeln Informationen zusammen. In vielen Fällen erhältst du dann ein Feedback dazu und es kann auch sein, dass du gebeten wirst, nochmal bestimmte Details zu erklären oder zu ergänzen oder vielleicht Fragen zu klären, die einfach aufgekommen sind, während die deine Erfindung sich angeschaut haben. Wenn du keine Rückmeldung erhältst, ist es vom Arbeitnehmer-Erfinder-Gesetz so, dass dein Unternehmen die Erfindung nach vier Monaten ab dem Tag der Einreichung der Erfindungsmeldung automatisch in Anspruch genommen hat. Das heißt, du kannst dann in dem Fall davon ausgehen, dass die Erfindung zum Patent angemeldet werden soll. Für den nächsten Schritt hängt es wieder ein bisschen davon ab, wie dein Unternehmen arbeitet. Irgendwann solltest du auf jeden Fall mal einen Anmeldeentwurf zu deiner Erfindung erhalten und dann geht es darum, dass du den Entwurf mal durchliest und der Patentabteilung eine Rückmeldung dazu gibst und dann kannst du dir so Fragen stellen wie Ist alles in der Patentanmeldung drin von meiner Erfindung? Haben sie auch alles richtig dargestellt? Fehlt vielleicht noch was? Das ist auf den Zeichnungen zum Beispiel alles korrekt zu sehen und richtig beschrieben und gegebenenfalls wird der Entwurf dann nochmal überarbeitet und nach deinem Einverständnis wird es dann an das Patentamt geschickt. Der Tag, an dem die Anmeldung beim Amt eingeht, heißt Anmeldetag und der Anmeldetag bestimmt dann später, welcher Stand der Technik deiner Anmeldung potenziell entgegensteht. Insofern ist es immer gut, einen Anmeldetag so früh wie möglich zu erhalten. Jetzt ist also deine Anmeldung eingereicht, jetzt wird sie noch auf Patentfähigkeit geprüft und ich habe dafür immer ein ganz schönes Bild im Kopf. In dieser Prüfungsphase gleicht der Prozess nämlich irgendwie einem Ping-Pong-Spiel, denn abwechselnd schreiben sich die Patentabteilung und der Patentprüfer Briefe, in denen sie einander versuchen zu überzeugen. Man könnte auch sagen, dass es wie ein Schachspiel ist, in dem man gegebenenfalls eine bestimmte Strategie verfolgt und Züge macht und dabei jeweils noch eine Argumentation liefert. Am Ende wird man sich dann entweder einig und ein Patent wird es halt oder halt eben nicht, dann wird die Anmeldung zurückgewiesen. Für die Prüfung führt der Patentprüfer eine Recherche durch und schreibt seine Kommentare und die gefundenen Dokumente in einen Prüfungsbescheid, den der Anmelder dann erhält. Und der Anmelder muss dann in einer bestimmten Frist darauf antworten und argumentieren und seine Meinung dazu äußern. Und an der Stelle kann es sein, dass die Patentabteilung dich um deine Einschätzung fragt und inwieweit du mit der Meinung des Prüfers übereinstimmst. Und da kannst du dir so Fragen stellen wie, stimmt das, was der Patentprüfer da sagt? Kannst du mit dem übereinstimmen? Sind die Schriften, die er gefunden hat, recht nah an der Erfindung oder betreffen sie womöglich ein ganz anderes Gebiet? Was sind die Unterschiede zu deiner Erfindung? Die Rückmeldung, die du der Patentabteilung gibst, ist ziemlich wertvoll, denn so kann die Patentabteilung aus technischer Sicht ganz gut argumentieren und so auf den Prüfungsbescheid antworten, dass der Prüfer hoffentlich überzeugt werden kann oder dass irgendwie eine andere Lösung gefunden werden kann, dass man eine Erteilung erhält. Es gibt noch sowas ähnliches wie einen Prüfungsbescheid, nämlich einen Recherchenbericht. Und vielleicht hattest du sowas ja auch schon mal auf dem Tisch. In manchen Verfahren gehört die Ausstellung eines solchen Berichts verpflichtend dazu. Bei manchen kann man ihn optional anfordern. Im Unterschied zum Prüfungsbescheid muss man auf den Recherchenbericht nicht antworten. Er hat also reine Informationszwecke und darin findest du genau wie beim Prüfungsbescheid die Dokumente, die der Patentprüfer bei einer Recherche gefunden hat und seine Kommentare dazu. Die Kommentare können an der Stelle ein bisschen weniger ausführlich sein als beim Prüfungsbescheid und auch hier kann es wieder passieren, dass dich die Patentabteilung um deine Einschätzung fragt und dir vielleicht den Bericht auch zuschickt. Wenn eine Erteilung erfolgt ist, wirst du wahrscheinlich von deiner Patentabteilung benachrichtigt. Der Patentierungsprozess dauert im Schnitt so drei bis fünf Jahre, wobei es leider auch sehr viele Beispiele gibt, bei denen es deutlich länger dauert. Es gibt zum Beispiel Fälle, in denen die Erteilung sogar später als die Patentlaufzeit erfolgt ist. Also ein Patent läuft ja maximal 20 Jahre, danach ist es frei für die Allgemeinheit und der Schutz erlischt. Und in den Fällen gab es eine Erteilung erst nach 21 Jahren ab dem Anmeldetag, also zu einem Zeitpunkt, wo schon gar kein Schutz mehr durch das Patent bestand. Und dann ist der einzige Nutzen, den man da noch davon hat, dass man den Schutz rückwirkend für diese 20 Jahre der Patentlaufzeit geltend machen kann und dann Schadensersatz fordern kann, wenn eine Verletzung der erteilten Version zu dem Zeitpunkt des Patentes vorlag. Zumindest aber hat man 20 Jahre lang den Wettbewerber verunsichert, denn der weiß ja nicht, ob vielleicht doch noch ein Patent erteilt wird und wenn ja, in welche Richtung, sodass der Wettbewerber dann wahrscheinlich den Gegenstand der Erfindung lieber nicht eingesetzt hat, um nicht die Gefahr zu laufen, dass er hinterher doch noch Schadensersatz leisten muss. Okay, jetzt ist also die Erteilung erfolgt. Was passiert dann? Hörst du eigentlich als Erfinder nochmal was von dem Patent? Und hier kommt es auch ein bisschen drauf an. Wenn die Erfindung eingesetzt wird, dann solltest du eine Erfindervergütung erhalten. In dem Fall solltest du eine Benachrichtigung von deiner Patentabteilung erhalten oder du solltest zumindest was an deinem Kontostand irgendwann sehen. Eine andere Möglichkeit, bei der du nochmal was von dem Patent hörst, ist, wenn es angegriffen wird oder dein Unternehmen ein Verletzungsverfahren einleitet, wenn jemand anders also deine Erfindung kopiert. Hier kann es nämlich auch wieder sein, dass die Patentabteilung Unterstützung von technischer Seite benötigt und deswegen um dein Feedback bittet und du kannst dann mit deiner Einschätzung da einfach unterstützen. Ja, ich hoffe, dass die einzelnen Stationen im Patentierungsprozess vielleicht ein bisschen klarer geworden sind, dass du wieder was für dich mitnehmen konntest und dass du das Wissen in deinem Alltag für dich nutzen kannst. Wenn du noch Fragen dazu hast, dann schreib mir gerne bei Instagram oder bei LinkedIn. Ich freue mich jedenfalls, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit. Bis dann, deine Friederike. Gesundheit! 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 Zustand! Es ist eine schöne Zeit,sterbador,께�